Ey, Bruder, kommst du in Deutschland? Ja, Bruder, komm an Deutschland, man ist ja bedufend. Ja, kommst du morgen, ist schwarter Hauptbahnhof, kein Problem. Möchtest du mit was, in der Hauptbahnhof? Ja, ist kein Problem, ich komme mit Auto. Und Anna, wir kommen mit Avion. Äh, ist soweit mit Avion, ich kann nicht fliegen. Bruder, in Avion, es geht bei Ihnen nicht zu essen, da gibt es eine. Ja, in Avion, gibt es kein Problem? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ah, divineja noter. Spannst du n 104 Jahrhagen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, was es passiert? Pardon? C'est quoi Pardon? 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 Pardon B. Je m'appelle B. Comment tu t'appelles? Totopel, Totopel. Totopel? Tu m'appelles Armando? Topel Bidou. Quoi? Bidou, Bidou. Ah Bidou? Si. C'est vrai, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.